hallo meine freunde ja ich hoffe ihr habt gut geschlafen bei mir war die nacht um drei vorbei mal wieder ich habe einfach diese insomnia insomnie sagt man auf deutsch diese grundlose schlaflosigkeit oder wo man nicht weiß woher sie kommt ich muss einfach immer was tun der kopf lässt einfach auch nicht locker ich will schreiben heute will videos machen eins auf alle fälle vielleicht zwei wenn die ideen sprießen ja ich müsste aber dann auch schneiden also nicht von mir rein schneiden sondern weil ich über andere dinge reden möchte und dann muss ein paar bilder und sowas rein das mit viel arbeit verbunden ob das heute klappt weiß ich nicht mal gucken ich werde aber ein video vom ausflug machen also ich will einen ausflug heute noch machen mit der familie gegrillt soll auch wieder werden die wollen immer grillen ich weiß nicht keine ahnung wir sind in der steinzeit ich werde überleben ich wünsche euch einen schönen tag und ja macht's gut